So, wieder da beim Prämie-Niminis-… bei dem komischen Typen. Hallo. Ich wusste, dass ihr es früher oder später bis hierher schaffen würdet. Ah, ein Hologramm. Leider ist euer unbeugsamer Anführer gerade etwas verhindert. So gerne ihr auch die Helden spielt, möchte ich euch doch von allzu überstürztem Handeln abraten. Unser werte Herr Premier sitzt nämlich sozusagen auf einem Ehrenplatz. Wenn ihr ihn aus dieser Vorrichtung entfernt, explodiert die gesamte Festung. Wir haben übrigens genug Sprengstoff an Bord, um die ganze Stadt in Schutt und Asche zu legen. Natürlich wird von London so oder so nichts übrig bleiben. Damit muss ich mich leider empfehlen. Die Arbeit ruft nach mir. Tja, und Nü, machen wir mal ein Rätsel. Richtig. Sehen Sie sich diese Apparatur an. Anscheinend ist der Zünder mit dem Herzstock des Premiers gekoppelt. Wenn diese Verbindung abbricht, wird der Zünder aktiviert. Vielleicht können wir die Verbindung trotzdem irgendwie trennen, indem wir das Herz rausreißen. Das können wir nicht riskieren, Professor. Hier, sehen Sie nur. Dieser Schaltkreis besteht aus zwei separaten Verbindungskabeln. Bis wir beide getrennt haben, ist es sicher schon zu spät. Sehr beeindruckend, Celeste. Sie haben anscheinend ein besseres Technikverständnis als ich. Ihre Schwester wäre sicher stolz auf Sie. Ich habe eine Idee. Wir können das hier benutzen. Das ist ja die Taschenuhr, die mir Claire einst schenkte. Und ich dachte, die Uhr hätte ebenfalls in der Explosion ihr Ende gefunden. Nein, ich fand sie, als ich mir nach dem Unfall Claire's Besitztümer ansehen musste. Leider funktioniert sie seither nicht mehr richtig. Egal, wie weit man sie aufzieht, sie läuft nie länger als zehn Minuten. Ich verstehe, worauf sie hinaus wollen, Celeste. Den Herzschlag des Premiers wollen Sie durch das Ticken der Uhr ersetzen, richtig? Genau. Es ist riskant, aber auch die einzige Option, die uns zur Verfügung steht. Wir müssen den Schaltkreis vom Puls des Ministers trennen und zeitgleich die Uhr anschließen. Aber selbst dann würden uns nur noch zehn Minuten zur Flucht bleiben, bis alles explodiert. Wir würden Londons Bewohner damit höchster Gefahr aussetzen. Luke, wenn wir tatenlos bleiben, steht London ein weit schlimmeres Schicksal bevor. Dies ist unsere einzige Chance, Calvin aufzuhalten. Wir müssen es versuchen, so riskant es auch ist. Da-da-da-dam. Alles oder nichts. Nicht mehr als 70. Alles oder nichts. Ein Überwachungsapparat ist über zwei lange Kabel an den Herzsensor des Premierministers angeschlossen. Kannst du die Kabel in nur einem Zug so vertauschen, dass stattdessen die Uhr mit dem Herzsensor verbunden ist? Es gilt exakt zwei Blöcke zu vertauschen, um die Kabel des Überwachungsapparates auf dem oberen Teil des Tapscreens mit der Uhr unten rechts zu verbinden. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Jetzt kommt's drauf an. Puh. Das wird schwer. Fertig. Da, geht das nicht. So. Ach so, da unten, ne? Ja, da unten, ne? Guck mal, der Herz mit Brille. Oh, mein Eh. Nicht ganz. Nur zwei Blöcke? Alter. Alter, Falter. Wenn das mal nicht auf reines Ausprobierungen ausläuft. Jetzt guck uns die Stadt an. Das geht hier hoch und geht wieder hin. Die beiden sind miteinander verbunden. Also müssen wir... Eigentlich nur das Tosche hier. Äh. Ja, nur mit Watt. Das nicht so. Ja, du musst es ja Toschen. Ja, Moment. Bin ich dabei. Bin ich dabei. Das ist prima. Äh, 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 äh. Nee, 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 nee. Doch, 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 doch. Ich sein Düsseldorfer. Da, passt. Echt? Nein. Na, warte mal. Quatsch. Wackel doch mal. Wackel doch mal? Okay, ich wackel. Wackel, 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 wackel. Nee, passt nicht. Aha. Du bist aber ein Fuchs. Das hätte ich jetzt gern gesehen, das Wackeln. Nee. Nicht ganz. Hm, stimmt. Hm, ja. Nee, ich bin schlau. Hm, das geht nicht. Hm, nicht ganz. Hm, das ist damit. Guck mal, einer wird verbunden, aber der zweite nicht. Das sah schon ganz gut aus. Da sind wir dabei. Machen wir Knoten rein. Nee, machen wir einen Knoten rein. Und du da sagst, nein. Ja, ich weiß. Wer muss denn da gehen? Ja, ich. Oh man, ey. Ein 21-Jähriger. In einem Zug müssen... Ach so, in einem Zug sehen. Suche nach jenen Kabeln, die den Überwachungsapparat oben rechts mit dem Herz... Na, wissen wir selber. Es scheinen zwei Kabel von der Uhr auszugehen, doch in Wirklichkeit ist es nur einziges... Hä? Ja, richtig. Ein Kabel, weil das habe ich ja eben schon erwähnt, dass sich das mit einanderen verbindet. Ach so. Ist mir aufgefallen, dass nur bestimmte Blöcke miteinander vertauscht werden können, ohne die eine oder andere Verbindung zu kappen? Halte also nach Blöckenausschau, bei denen Kabel, Eingänge und Ausgänge identisch angelegt sind. Die beiden gesuchten Blöcke befinden sich in der mittleren Reihe. Wo? Nee. Warum gibt's kein Blöd denn? Mann, ey! Äh, 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 äh! Nee, dur Şimdi. Und mal die Apparat, hier oben... Na komm, da... Das geht nicht... Ich... Ich bin ein zweijähriger... Das... Das... Das klappte gut. So, mal gucken... Ja, das passt, 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 das passt... Ach, den nicht gut... Ich glaube, wir haben das Spiel geschafft. Ja, das sieht vielversprechend aus. Das Spiel, genau. Ganz nicht vermutete. Ja, könnte eigentlich was sein. Oh nein, und wir haben noch so viel End, die haben wir, glaube ich, oder? Haben wir das alles schon gelöst? Weiß ich gar nicht. Wirklich beeindruckend. Der Austausch war erfolgreich. Alles oder nix. Professor, das ist es. Die Uhr ist angeschlossen. Ja, aber unsere Arbeit hier ist noch keineswegs getan. Was? Tja. Neues Kapitel. Ja, wir haben ja noch ein Kapitel. Ne, und wie viel haben wir überhaupt noch? Mir sagt immer, es gibt zwölf Kapitel. Und, welches ist das jetzt? Oh. Oh. Der Epilog. Das heißt, das Ende. Richtig. Oh nein, und wir haben noch so viel Rätsel liegen lassen. Wir haben nur zehn Minuten, um zu fliehen. Wir haben... Ach nee. Was? Wir müssen den Energiekreislauf umkehren. Wenn sich der Generator überlädt, steht die Festung still. Aber wie wollen wir das anstellen? Ich weiß. Hier, seht mal. Ne, wir gucken. Das sieht ja einfach aus. Da, 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 da. Geh raus, raus, geh raus, geh raus, geh raus. Wie geh raus? Zu dem Helikopter. Da hat sie doch gesagt, wir können in die andere Dinge. Nein. Wir schauen jetzt erstmal hier. Aber wir schauen jetzt erstmal hier, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer kleinen Sticker-Runde. Genau. Vor langer Zeit, Eingangsbereich der Villa der Spaten. Vornehm und dunkel gekleidet. Ne, der Butler, würde ich sagen, oder? Der Butler. Meinem Freund, dem Baron zufolge, war etwas von höchstem Wert abhandengekommen. Objekt. Ach nee, Objekt. Wo ist denn das Objekt? Nein, das muss man auf einer anderen Seite sein. Als ich die Tat untersuchte, flüsterte mir die Uhr aus der Tür zu. Sprich eher die Magd. Der Gärtner. Die Magd. Im Studierzimmer wartete jedoch bereits jemand auf uns. Da bist du ja, du lause Bengel, sprach. Der Gärtner. Huch, wir haben ja Besuch. Na gut, wir sprechen uns später noch. Der Gärtner verließ den Raum. Wer war denn das, fragte ich. Aber das ist doch klar. Haben Sie ihn nicht an seiner Mütze erkannt? Er hat keine Mütze auf. Auch bei mir jetzt gerade geklingelt. Mach mal alleine weiter. Ich bin gleich wieder da. Ja, ja, ich unterhalte euch jetzt. Ich bin jetzt gespannt, wer da an der Tür steht. Wahrscheinlich die Polizei. Die nehmen ihn jetzt mit. Und ja, damit läuft das Video jetzt noch acht Stunden weiter. Oder sogar noch länger. Ich weiß es jetzt nicht. Wir warten jetzt einfach, bis er wiederkommt. Und ja, das ist halt eine schöne Situation. Also, Improvisation ist ja gar nicht meins. So. Hallo? Ich glaube, da steht echte Polizei. Das ist ja schön. So, da bin ich wieder. Und, war es die Polizei? Nein, ich habe gerade Essen bekommen. Achso. Und das Schlimme ist, das Essen ist warm. Das heißt, ich muss das jetzt essen. Das war schon eine Pause. Ja, warte gleich. So, bist du da mal weiter? So, Moment. Ich muss das ja erstmal... Ich habe die Leute gerade unterhalten und da habe ich gefragt, ob jetzt die Polizei da steht und dich jetzt mitnimmt und das Video jetzt unendlich lang geht und kein Ende findet. Wieso sollte die Polizei mich abholen? Mich liebenswerte Person. Wieso? So, ähm... Was ist denn los? Fragte bla bla bla. Plötzlich ertönte aus der Ecke ein Miau. Sie ansprach ich. Wir sind wohl immer noch nicht alleine. Haha. Ja, das stimmt. Das Haustier. Die Katze. Ist die Königin in diesem Zuhause. Er wird die Knabe. Oje, aber ich sehe gerade, dass es Zeit, wenn mein Unterricht ist. Der Hofmeister wird bald eintreffen. Der Mann mit dem Spitzbärtchen. Ich bloß im Speisesaal mit der Spurensuche zu beginnen. Doch dort jedoch wartete ein Mann die Statue und ließ vor lauter Schreck über mein Jees Erscheinen eine Gabel aus der Hand fallen. Oh, äh, äh, ein Gast haben sie über mir, Herr Schrabbel, erachten. Das Ding, das sie gerade haben, fallen lassen. Die Gabel, ist das ihr Eigentum? Nein, nein, es gehört jemandem Herrn. Durch das Fenster blickte ich den prächtigen Garten in Anwesen. Als ich ihn dort begab, traf ich auf einen Mann. Den Gärtner. Den Spaten. Dieser hielt eine Uhr in seiner Hand, zeigte darauf und fragte mich. Ach, da kam eine Dame. Eine Dame, etwas. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Noch sechs Aufkleber fehlen uns. Dann viel Spaß. Das ist doch ekelhaft. So, jetzt geht's um den Helikopter oder mach eine Pause, eins von oben? Hier hatten wir alles. Und beim Andy hatten wir auch alles. Also alles, was wir haben, haben wir gemacht. Richtig. Die Frage ist jetzt nur, haben wir in meiner Zukunft noch Götze. Das ist jetzt die gute Frage. Willst du eine Pause machen? Ach ja, genau. Diese Zahnräder sind das Herzstück des Generators. Wenn wir bloß ihre Laufrichtung umkehren könnten. Damit würden wir eine Überlastung der Energieversorgung auslösen und die Festung deaktivieren. Es ist unsere einzige Option, Kelvins Wahnsinns Einheit zu gebieten. Sie haben die Sache wirklich perfekt durchdacht, Professor. Gibt es eigentlich etwas, das Sie nicht können? Ein Gentleman pflegt nun mal eine gesunde Allgemeinbildung. Und in meiner Freisat setze ich mich dazu gelegentlich mit Maschinenbau und Ingenieurstechnik auseinander. Darüber hinaus habe ich einen Lebenslauf, der jetzt ganz interessant ist. Und nur in zehn Minuten fließt das Ganze hier um die Worte. Verblüffend, Professor. Luke, dies ist nicht der richtige Moment für Lobesünden. Da stehen zahllose Leben auf dem Spiel. Ich vertraue Ihnen. Geben Sie Ihr Bestes. Nach der folgenden Szene kannst du dein Spiel nicht mehr speichern. Nein, 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 nein. Freunde, in diesem Sinne machen wir hier Schluss. Sehen uns gleich im nächsten Teil wieder. Ich werde jetzt mal was essen. Also bis gleich, NRW bei 18. Adieu. Ciao. Ciao.